Wir bekommen es heute mit einem klassischen Novembertag zu tun. Das Ganze ist doch recht unspektakulär. Mal gibt es Nebel, mal gibt es Sonne, mal gibt es Schnee bzw. Regenschauer. Und die Schneeschauer kommen nicht von ungefähr daher, denn wir liegen in einer deutlich kühleren nordwestlichen Strömung. Und mit einem Hoch hier im Westen bzw. im Südwesten kann sich der Nebel durch die windschwache Wetterlage teilweise den ganzen Tag halten. Ein paar Schneeschauer und Regenschauer, ich habe es bereits angekündigt, sind hier besonders im Osten und auch teilweise hier im Südosten unterwegs. Das Ganze lässt aber im Laufe des Tages immer weiter nach und es sind auch ein paar Regenschauer direkt an der Nordsee unterwegs. Sonst starten wir mit einem Mix aus Sonne bzw. Nebel in den Tag. Am Nachmittag ändert sich daran nur wenig. Es gibt noch ein paar Schneeschauer hier im östlichen Bergland. Sonst verdichten sich dann auch die Wolken wieder im Osten, inklusive ein paar Schauern an der Nord- bzw. Ostsee. Die Temperaturen steigen dazu auf 2 bis maximal 7 Grad an der Nordsee und auch am Oberrhein. Ja und dann kommt etwas Spannung ins Spiel hinein. Denn mit einem Tief namens Olaf wird am Sonntag nämlich etwas mildere Luft nach Südwestdeutschland gelenkt. Und das bedeutet, dass dann auch Schnee bzw. Regen auftritt. Und wir sehen es genau hier im Übergangsbereich, wird es dann insbesondere ab Lagen von 300-400 Metern dann auch mal eine Schneedecke geben. Die Temperaturen dazu zwischen 0 und maximal 5 Grad. Ja und dann in der Nacht auf Montag zieht das Ganze dann immer weiter in Richtung Südosten, geht wieder vermehrt in Schnee über. Deshalb muss hier verbreitet auch mit der Straßenglätte gerechnet werden. Und dann wird es mancherorts dann am Montagmorgen genau so aussehen. Am Montag selbst bekommen wir es dann weiterhin mit im Südosten mit den Regen- und auch Schneefällen zu tun. Ansonsten gibt es einen Mix aus mal mehr oder mal weniger Sonnenschein. Die Temperaturen steigen dazu auf 0 bis maximal 7 Grad. Insbesondere an der Nordsee, dort wo die See noch sehr warm ist und der Wind von der See in Richtung Land weht, können die Temperaturen auf 8 bzw. auch 9 Grad ansteigen. Und dann...